China hat am Dienstag eine unbemannte Mission zu einem bisher unberührten Teil des Mondes gestartet, um Mondgestein zur Erde zurückzubringen. Eine Rakete vom Typ Langer Marsch 5 hob um 4.30 Uhr morgens vom Raumzentrum Wenchang ab. Der Auftrag der Tongue-5-Sonde, benannt nach einer chinesischen Mondgöttin, besteht darin, zwei Kilogramm an Proben zu sammeln, um damit Wissenschaftlern zu helfen, mehr über den Ursprung und die Entstehung des Mondes zu verstehen. China wäre damit, nach den USA und der Sowjetunion, das dritte Land, das Mondproben genommen hat. In zwei Wochen soll das Material im Bereich einer riesigen Lava-Ebene gesammelt werden. Die Proben sollen dann mit einer Kapsel zur Erde zurückgeschickt werden. Für China ist es auch ein Test für komplexere Missionen. Binnen zehn Jahren plant das Land die Einrichtung einer Station für die unbemannte Erkundung der südlichen Polarregion des Mondes. Proben vom Mars sollen bis 2030 genommen werden. Auch die NASA plant, Roboter zum Mond zu schicken, um eventuell eine Landung von Menschen vorzubereiten. Zum ersten Mal seit 1972.